wir fahren zu berlin gleich so leute was gesagt im youtube-kanal ist anna hanna ist wir fahren wir fahren gleich zu berlin gleich ich habe alle Koffer angepackt gleich guck mal ich sehe das und da ich habe angepackt so im Koffer so im youtube-kanal ist ich habe alle Sachen ist guck mal alle Sachen guck mal ich habe das ich habe das alle Sachen das Chips und das Süßkeiten alle so leute wir fahren gleich Berlin und los go ich bin in Berlin gefahren guck mal hier das Berlin gefahren dass Russ mal ich möchte den resten spassen ich möchte den resten Spaß machen tschüss ever id Vielen Dank.